hallo und willkommen zu einem neuen let's play auf unserem kanal mein name ist lord yoda und heute wollen wir starten mit transport fever ja transport fever brand aktuell das ist eine preview version mit anderen worten wurde mir freundlicherweise schon vor dem offiziellen release zur verfügung gestellt von urban games vielen dank an dieser stelle das spiel erscheint am 8 november kann zum beispiel auf steam erworben werden gerade zum reduzierten preis von 2399 25 prozent reduziert noch vor dem 8 november wenn man sich holt danach kostet 32 euro was auch noch okay ist ja das wie der name schon sagt transport fever ist der nachfolger von train fever was ja das erstlingswerk von urban games war wurde damals ja über nicht kickstarter sondern eine andere crowdfunding mehr oder weniger plattformen finanziert war recht erfolgreich und darum gibt es jetzt einen nachfolger der ja den wir uns jetzt anschauen wollen gleich von weg es gibt mittlerweile ein tutorial wo man im prinzip die grundlagen den passagiertransport und den gütertransport erlernt das ist sozusagen neu und was ich persönlich ganz toll finde ist eine kampagne achtung auch wieder text und zwar einmal in amerika und einmal in europa jeweils mit sieben missionen ich gehe wieder raus weil sonst wird die ganze zeit geredet und das was ich am tollsten an diesen kampagnen finde ist sie können gemoddet werden mit anderen worten die steam workshop wenn ihr begnadete modder seid und sagt ihr wollt eine kampagne erstellen wo man sonst was machen muss dann könnt ihr das jetzt und ich kann spielen das ist super oder ja finde ich auch mit anderen worten ich denke da werden viele neue kampagnen im laufe der zeit hinzukommen und sowas finde ich immer toll das freie spiel gibt es natürlich auch das ist das was wir auch machen werden eventuell werden wir mal eine kampagne rein starten könnt ihr mir mal kommentieren und ihr lieber europa oder amerika sehen wollen würde ob ich überhaupt kampagnen interessieren ja einfach mal gerne kommentar dazu ab da lassen aber wie gesagt wir starten mit einem freien spiel wo wir uns dann auch anschauen werden was alles neu was alles drin ist und so weiter und so fort wie gesagt das ganze ist eine preview version mit anderen worten sind noch zwei wochen fast zwei wochen bis zum offiziellen release des spiels dementsprechend kann sich noch einiges ändern wenn irgendwie was nicht so ganz toll funktioniert das immer im hinterkopf halten ich würde sagen wir spielen eine große karte mittlerweile 256 quadratkilometer landschaftstyp mittel start ja 1850 ist okay dann sehen wir alles schwierigkeit einfach aus dem einfachen grund ja let's play ich möchte vielleicht auch unsinnige sachen bauen und nicht unbedingt jetzt gerade gut darauf achten dass wir sinnvolles und nur das effizienteste und was weiß ich würden wir sicher hinkriegen aber szenario kann man auswählen ob wir mischwald vegetation und europäische fahrzeuge oder wald steppen vegetation oder amerikanische fahrzeuge oder custom ich würde sagen wir spielen diesmal mit europa im letzten mal oder bei train fever hatten wir ja mit nordischen sachen gespielt wir bleiben diesmal in europa und als zufalls generator nehmen wir mighty pirates dann könnt ihr vielleicht wenn ihr dasselbe dann auch eingebt vielleicht dieselbe map bekommen ich bin mir gar nicht sicher genau weltformat kann man auch noch einstellen ob man das wie man das seitenverhältnis haben möchte also ob diese karte breiter als lang sein soll ich würde sagen wir lassen das jetzt mal auf eins zu eins da wollen wir eine breitere kart nach nebel aber wir lassen sie quadratisch genau flach finde ein bisschen langweilig hügelig ist dann auch irgendwie blöd ich denke mittel ist genau schön also los geht's dann lassen wir den zufalls generator uns mal eine wunderschöne map generieren und schauen uns dann an was alles neues was alles alt ist ich hoffe jetzt wird gerade aufgenommen was ich sage nachdem hier gerade die maus sich dreht vielleicht bin ich mal wobei sollte eigentlich ob es meldet keine probleme ich würde sagen wir machen im spiel bevor ich jetzt hier im ladebildschirm alles möglich schon erzählt große karte habe ich aber bewusst gewählt einfach damit zum paar sachen ja ein bisschen mehr sinn ergeben wenn jetzt das ganze mal fertig geladen wäre könnten wir dann auch direkt ins spiel steigen macht doch noch mal was ja ladebildschirm leider etwas länger aber ich habe vorher mal eine runde civilization gespielt da dauert es noch länger von daher kann man eigentlich gar nicht meckern so ja ladebildschirme finde ich recht schön sind unterschiedliche und die texte sind eigentlich auch immer ganz passend zu dem was da steht also fertig geladen wunderbar jetzt müssen wir nur noch warten bis die map auch aufgebaut wurde und da sind wir da wunderbar in unserer tollen neuen karte ich lade sie einmal kurz in dem ich mehr oder weniger alles anzeige und wir können uns mal kurz anschauen also wir haben hier einen schönen großen fluss der einmal von links unten nach mehr oder weniger rechts oben geht haben paar städte auch schön direkt hier am wasser und wenn man sich die karte anschaut sie ist deutlich größer im verhältnis als im train fever was auch ganz praktisch ist weil wenn wir hier unten schauen sehen wir direkt neue sachen zum beispiel einmal schiff und flugzeug ja wir können mittlerweile flugzeuge bauen und auch schiffe und für flugzeuge fände ich es jetzt etwas unsinnig wenn die karte so groß und sagen ja wir verbinden die zwei städte darum wollte ich jetzt hier eine große karte damit wir sinnvoll mit flugzeugen dann irgendwann mal von ganz links unten nach ganz rechts oben fliegen können und diese vollen was weiß ich wie viele 60 kilometer oder 50 40 kilometer aus nutzen was man auch auf den ersten blick direkt sieht ist es gibt deutlich mehr industrien bzw produkte und die städte brauchen jetzt auch mehr als nur waren in anderen worten arbeitsplätze brauchen baumaterial maschine treibstoff und einkaufsmöglichkeiten werkzeuge lebensmittel und waren und dann sieht man auch wie gut das ganze versäugt wird und zusätzlich braucht die bevölkerung eben ganz personentransport wenn wir jetzt hier mal in so eine produktion reingucken also das erzeugt kunststoff der wird hergestellt aus öl oder getreide und ja das ist also schon deutlich mehr oder hier oben so hier bretter stahl da kommt dann werkzeuge raus oder wenn man lieber bretter und wie rum kunststoff und stahl oder bretter und stahl deswegen bin ich ganz sicher maschinen ich glaube das ist oder und das ist was reinkommen muss weiß ich auch noch nicht so genau das finden wir gemeinsam raus ja und so weiter und so fort also deutlich viel mehr produktionsketten mit anderen worten man kann was tun so ich würde sagen wir starten aber mit einem ganz normalen personentransport dafür suchen wir uns mal eine schöne stadt irgendwas was ein bisschen größer ist wo man mehr als drei sachen vielleicht hier oben man steht das sieht doch eigentlich ganz nett aus dass wir daher gleich mal eine buslinie bauen können gut dass die zeit schon läuft das habe ich gar nicht gemerkt also straße wir wollen eine bus haltestelle mittlerweile sieht man hier auch weiß eingezeichnet was die abdeckt also muss nicht mehr raten sondern man kriegt jetzt hier wirklich schön angezeigt okay pass auf wenn du die buslinie hier hin baust dann sind die leute abgedeckt und gehen dahin also im prinzip das ist die entfernung in der die bewohner bereit sind zu gehen bedeutet nicht dass sie es auch tun bedeutet nur dass sie es theoretisch wären wenn sie dahin wollen gut ja die stadt ist wie gesagt noch nicht so groß mit anderen worten wir können hiermit zwei bus haltestellen mehr oder weniger alles abdecken drum würde ich sagen brauchen wir mal eine hierhin wir haben jetzt hier alles ja wir haben eine bus haltestelle dann eine hierhin und dann weil wir lustig sind bauen wir noch eine hierhin auch wenn es jetzt in dem fall fast übertrieben ist bauen jetzt hier noch ein straßenfahrzeugdepot das bauen wir da hin und dann kaufen wir uns hier so eine postkutsche genau vielleicht zwei stück weisen die einer neuen linie zu die wir hier direkt erstellen können einmal hierhin rein rein und gut ist dann fahren die auch schon los und alles ist schön ähm was weiterhin der fall ist ist dass diese postkutschen wenn wir diese ganzen fahrzeuge sich versuchen aufzuteilen das war ja schon im vorgänger so und das finde ich weiterhin eine super tolle idee dass man nicht irgendwie die ständig hinterher hintereinander hat und dann lange nichts ist dauert natürlich ein bisschen bis sie sich verteilt haben aber ja rum wohl auch nicht an einem tag erbaut oder so ähnlich weiß nicht ganz was das zu tun hat damit ich würde sagen hier ist doch wir können hier mal unten übrigens auf höhenlinien gucken damit wir sehen wie dies hier denn so aussieht hier geht es so ein bisschen runter nach wesel ich wollte mir jetzt gerade vorschlagen dass wir hier mal nach wesel vielleicht eine bahnlinie bauen aber nachdem es hier eher flach ist würde ich vorschlagen dass wir dann doch janis hausen erstmal nehmen ähm ja das klingt vielleicht nicht schlecht geht es hier hinten ja hier hinten geht es noch weiter dann werden wir vielleicht den bahnhof bisschen außerhalb hin bauen hier irgendwo also fangen wir mal an bahnhof hier sieht man auch schon direkt es gibt mittlerweile den unterschied zwischen kopfbahnhof wo man dann auch die anzahl der gleise festlegen kann ich nehme jetzt mal einen großen und kann eine zweite straße macht jetzt keinen sinn bei einem normalen bahnhof nicht nur einen straßenanschluss haben sondern auf beiden seiten mit anderen worten also hier einmal wo das gebäude ist und einmal auf der anderen seite wo auch leute rausgehen können ähm finde ich super oft war es ja so dieses ja jetzt muss ich einmal außenrum zum bahnhof zu kommen aber gerade können wir glaube ich anfangen mit irgendwie so ein zweier und irgendwie sowas brauchen auch keine zweite straßenverbindung ist dann alles günstiger und den setzen wir einfach mal ich würde sagen hier hier so hin genau hier sieht man auch schön Personenbahnhof und eine Neuigkeit wir können jetzt hier auf Aufrüsten drücken und können jetzt sagen hey ich brauche doch noch ein drittes Gleis oder ich brauche noch ein viertes Gleis oder noch ein fünftes oder sechstes siebtes, achtes und außerdem soll er länger und er soll einen zweiten Straßenanschluss ja wir müssen Bahnhöfe nicht mehr abreißen sondern können das ganze alles einfach nachträglich machen ist das nicht toll finde ich auch so verbunden wollen wir das ganze natürlich mit der Stadt hier ist die Frage wohin in der Richtung müssen wir jetzt nicht weiter das heißt hier könnte man mal einen Kopfbahnhof bauen da bauen wir doch mal einen Kopfbahnhof auch zwei und der kommt ich habe ja irgendwie überlegt hier aber da ist zu viel im Weg Darum bauen wir den Oh Gott, wie kommen wir denn? Kann man damit den Schienen gut durch? Ich glaube schon Bauen wir ihn da hin Und schließen ihn dann noch schön an So und Jetzt einfach mal mit Gleisen Da fröhlich rüberfahren Ich fange jetzt einfach nur mal an mit einem Gleis Wenn wir dann irgendwann mal Ein zweites Gleis bauen geht das auch Die Gleisbau-Funktion ist mehr oder weniger gleich geblieben Wir können manuell sagen, wir wollen nach oben Wir können sagen, wir wollen nach unten Und wir können sagen, hier Verleg mal ungefähr Mehr oder weniger so wie du denkst Dass es gerade passt Hier geht es ein bisschen nach oben Beziehungsweise Wir haben da ein bisschen Uns reingewurschtelt in die Landschaft Ist aber denke ich noch okay Dahinter geht es Ungefähr Einmal schön hier an dem Wald vorbei So gerade soll die Strecke hier auch nicht werden Also Geradeaus, gerade Hoch, runter, gerade Wäre schon ganz gut So lassen wir den Baum leben Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen Hauptsache wir erreichen die Geschwindigkeit von 120 Und hier schauen wir jetzt mal Da kommen wir hier entgegen Und dann wären die beiden Bahnhöfe schon mal verbunden Ist ja schon mal was So ja, die sind natürlich noch nicht an Straßennetz angeschlossen Das machen wir einfach mit einer kleinen Straße Einfach irgendwie so Genau Und sollten hier noch eine Bushaltestelle bauen Für Passagiere Wir könnten hier direkt ein bisschen was Größeres bauen Bauen wir direkt was Größeres Hier So Und Ich suche gerade die Kombinationsmöglichkeit Die gibt es zwar schon Bin mir gerade gar nicht sicher, ob sie noch gibt Ich sehe sie zumindest nicht Ja dann kombinieren wir halt nicht Das ist auch nicht so schlimm So und dann müssen wir hier natürlich noch verbinden Auch mit einer Straße Machen wir erst einmal hier gerade aus Und dann noch hier gerade aus Und hier bauen wir auch einen Busbahnhof Ich sehe echt Das nicht mehr Keine Ahnung Kann sein, dass sich das noch versteckt hat Bin ich noch irgendwie gar nicht drauf gekommen, das zu suchen So aber hier brauchen wir auch einen Ein Depot Dann bauen wir hier mal ein Depot Und das setzen wir einfach mal hier irgendwo In die Mitte rein Und schließen es an Und dann holen wir uns mal einen Zug Boah Lokomotiven haben wir noch nicht so viel Auswahl Und dann hängen wir da zwei Wägen an Und weisen das einer neuen Linie zu Die von da Nach Da fahren soll So dann machen wir die Heismaps mal wieder aus Gut Dann Fährt unser erster Zug Aber der ist natürlich jetzt noch nicht so sinnvoll Weil die ganzen Bürste und sonst was Linien fahren dann nämlich vorbei Dementsprechend sollten wir nach Nummer drei Noch eine Haltestelle hinzufügen Und hier lang fahren Ja Klingt Sinnvoll Mach mal Gut Dann wäre Der Zugverkehr hier hergestellt Dann Machen wir das Ganze auch in Janishausen Bisschen anders vielleicht Da bauen wir dann direkt Hin und zurück Und Hier hinten nochmal Wobei im Moment Wir haben hier was abgedeckt Die haben wir hier noch gar nicht abgedeckt Moment 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 Das wäre noch was was ich mir wünschen würde Dass man sieht was hier bereits abgedeckt ist Ähm Das wäre eine nette kleine Komfortfunktion Ich würde sagen wir bauen Hier noch zwei Hier noch was Und dann verbinden wir hier die Straßen Verbinden habe ich gesagt Und dann legen wir hier eine neue Linie an Geht natürlich auch so rum Also neue Linie von hier 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 Und Dann Wieder Zurück Passt Auch hier brauchen wir ein Depot Wo bauen wir das denn hin Auch ein bisschen außerhalb der Stadt Ich denke mal am Bahnhof wird sich mit der Zeit noch ein bisschen was tun Drum habe ich erst mal davon abgesehen das direkt hier neben den Bahnhof zu bauen Gut dann hätten wir unsere Linien ich würde sagen dem Zug schauen wir hier mal noch kurz zu Ja sieht Immer noch ziemlich cool aus hier die Loks Da bewegt er sich auch Und Ähm Was Auch Ja wahrscheinlich man noch nicht sehen kann Aber vielleicht hier irgendwo In so einem Boss Nö da fährt niemand mit Wird da mehr Witt Nö auch noch nicht Wieso will niemand bei uns mitfahren Ja schade Hier vermutlich dann auch noch nicht Ich hätte vielleicht hier in der Mitte der Stadt Noch eine Haltestelle bauen können sollen müssen Vielleicht keine schlechte Idee Machen wir doch mal oder Einmal hier und einmal da Auch wenn es nicht unbedingt sein muss Aber die Länge die sie dann gehen müssen ist nicht so lang Also nach 2 2, 3 Passt Und nach 6 Dahin Klingt gut Ja Ihr braucht noch ein bisschen bis ihr da seid Aber der Zug ist zumindest mal angekommen das erste Mal Hat leider natürlich noch niemand der mitfahren will So was haben wir hier noch Du hast ein Problem Anscheinend habe ich die Strecke nicht verbunden Oder nicht Linie 2 Ah Ich habe Janishausen Ost ausgewählt Das funktioniert natürlich nicht Da sollte ich vielleicht das hier auswählen Das macht vielleicht etwas mehr Sinn Gut Ah hier Infos und Nachrichten Beziehungsweise Warnungen sind jetzt auch Sehr schön hier voneinander getrennt Also hier zum Beispiel Kann ich mir hier die Züge ausblenden Hier Oder Busse oder sonst was Oder auch Einnahmen und Ausgaben Wenn ich das nicht ständig sehen will Städtenamen Industrienamen Beziehungsweise Industriewerte Haltestellen Bus und Tram Haltestellen Depots Signale Und dann eben Züge Straßenfahrzeuge Flugzeuge Und so weiter Finde ich Auch ganz praktisch Weil manchmal Will man zum Beispiel So nerv mich nicht mit Zügen Ich möchte gerade was anders sehen Gut Dann schauen wir doch mal Ob wir vielleicht noch eine Industrie starten Dazu sollte man nur irgendwas finden Was mehr oder weniger in der Nähe ist Hier 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 Also hier haben wir Ölquelle Und hier haben wir Rohöl Und das wird zu Öl und Treibstoff Wird nicht Treibstoff in der Stadt benötigt? Ja So und was können wir mit Treibstoff machen? Treibstoff wird hier Unter anderem hier Zu Kunststoff Wird Kunststoff hier wieder benötigt? Nee Kunststoff wird da benötigt Zusammen mit Brettern Ja also wie man sieht Doch nicht so Einfach hier die Was ist das Eisenherz? Die Warenproduktion Weil Das Ganze muss natürlich auch wieder abgeliefert werden Abgeholt werden Und wenn wir das nicht machen Haben wir ein Problem Von daher können wir nicht einfach sagen Ja ja Wir liefern halt an Aber wir holen kein Äh Kunststoff Ähm Hier kein Wir holen einfach das Öl nicht ab Das müssen wir dann schon auch abholen Okay Gibt es Gäbe es noch irgendwas Einfacheres Was wir machen können Sei es Hier Bretter zu Äh Holz zu Bretter Vielleicht Lebensmittel Wie sieht es denn hier aus Bei Lebensmittel Was ist das denn? Ah das ist einfach Waren Ja Lebensmittel Getreide Und Vieh Oder Vieh Zu Lebensmittel Das sieht doch nicht schlecht aus Da müssen wir jetzt nur noch irgendwas suchen Was halbwegs in der Nähe ist Und überhaupt dann sowieso Dafür können wir mal auf Äh wo war's? Hier Liste der Industrien Genau Und jetzt suchen wir Bauernhöfe Der ist da hinten Der ist hier Ja und so weiter und so fort Der ist da unten Da ist noch einer Im Prinzip bräuchten wir halt einen wo Ein Viehhof oder ein Beziehungsweise ein Bauernhof Oder ein Kuhstall Was ist Wie heißt das Ding? Hier Ein Bauernhof in der Nähe ist Also hier wäre ein Bauernhof Aber dafür nichts anderes Hm Okay Suchspiel Wahrscheinlich habt ihr schon 15.000 tolle Sachen gefunden Die ich nicht sehe Aber ich bin grad blind Ah hier Genau Jetzt da Getreidehof Vieh und Getreide Hier hin Na Es stellt Lebensmittel Und die Lebensmittel Können wir dann weiter liefern Nach Ja ich würde sagen In dem Fall Geldersheim Die brauchen ja Lebensmittel Okay Dann Machen wir das würde ich sagen Hier per Straße Und Hm Wenn wir das jetzt bauen Bauen wir eine Abkürzung Das ist eigentlich nicht gut Aber hier einmal Außenrum Ist doch auch blöd Hm Oder wir liefern sie hier hin Wir liefern sie da hin Da müssen wir keine Straßen bauen Okay so machen wir es Also Diesmal bauen wir ein Waren Terminal Mit einer LKW Station Da geht natürlich keine Haltestelle Also hier sieht man wann Äh solange es hell ist Sozusagen wäre man nah genug dran Ich finde trotzdem es sollte So nah ran Dass man was sieht Da Hier rüber Da ist glaube ich gerade Autosave Genau Eine große Machen wir direkt eine große Hierfür Die wir da hin bauen Und dann müssen wir das Ganze hier noch rein liefern Kann man kurz auf Landnutzung gehen Und Lebensmittel Werden natürlich Vermutlich eher auf Geschäftsgebäude verteilt Also hier hin Mit anderen Worten Wir sollten auch eine Ladestation bauen Die möglichst Die Indust Ja die Lebensmittel Leute Erwischt Also Industrie hilft uns nichts Wohngebiet hilft uns nichts Die sollten Abgedeckt sein Und das sieht hier eigentlich ganz gut aus Wie sieht es da aus Ja da wischen wir es ja auch Da auch noch Ah nicht mehr so viele Wir könnten hier auch direkt drüber bauen Und abreißen Finde ich jetzt ist es aber nicht wert Brauchen wir lieber Da hin Gut Also Brauchen wir noch Ein Depot Für Straßenfahrzeuge Setzen wir da hin Dann Wir wollen mit Pferdefuhrwerk Alles mögliche liefern Wir lassen das Ganze auf automatisch Also mit anderen Worten Das was benötigt wird Soll machen Und kaufen mal Eins Zwei Drei 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 Und das weisen wir der Linie Von da nach dazu Und dann als nächstes Ich will Das der Wert ist Das die Strecke ist ein bisschen länger Machen wir Eins Zwei Drei vier fünf sechs und weisen sie wieder einer neuen linie zu diesmal von hier nach da theoretisch könnten aber wahrscheinlich alles mit einem machen aber ja wir machen das jetzt mal auf zwei linien so hier wird noch nichts produziert dauert wahrscheinlich ein bisschen lassen wir mal kurz die zeit ein bisschen vorlaufen die pferdekutschen machen sich auf den weg ah und jetzt geht die produktion los und da sieht man jetzt auch was neues und zwar na gut in dem fall stapeln sich hier hier das ist jetzt wirklich ein lager also man sieht hier wie ja vieh und getreide hier gelagert wird und wenn das lager voll ist das lager voll und dann arbeitet er nicht mehr und warum es gerade hier immer hin und her geht das weil es gerade hierhin transportiert wird genau so hier kommen die ersten und im umkehr dingens da ist hier auch ein lager also mit anderen worten das ganze wird auch wieder eingelagert das finde ich auch eine schöne optische spielerei wo man dann halt einfach ein bisschen was sieht wie sieht es hier gerade aus von benutzung ihr wartet jetzt schon ein bisschen was neun mal vieh neun mal getreide und der erste ding kommt und nimmt vieh und der nimmt auch vieh und der nimmt gar nix getreide so genau also mit anderen worten sie nehmen das was gerade da ist und ja was sie nehmen können und wie gesagt die produzieren eben alles dementsprechend muss im lager ja im lager halt alles abtransportiert werden sonst produziert er gar nix mehr die fahren natürlich jetzt erstmal unsinnig rum weil hier noch nichts transportiert wird aber nicht so schlimm das wird sich bald ändern gut ja wir haben die ersten sachen gesehen personentransport warntransport zugegebenermaßen ist noch recht ähnlich zu train fever aber ich glaube ein paar sachen die neu sind werden wir jetzt beim nächsten mal dann wirklich sehen und vor allem einen kurzen blick auf eine neuigkeit werfen wir vielleicht noch schnell und zwar hinkrieg da sieht ihr da rein sieht es ein bisschen schlecht die fahrgäste werden jetzt wirklich angezeigt wie viele mitfahren also gerade fahren zwölf passagiere mit ist der wagen auch wirklich voll ja also da sind überall leute drin und man sieht sie wirklich nicht nur ja eine zahl das ist auch schön so kleine details finde ich machen halt so ein spiel aus hier pferdekutsche da sind hier wirklich die leute drin kommt er gleich zu einer haltestelle vielleicht schauen wir mal schnell kurz ein bisschen vorlaufen lassen so und jetzt steigen sie nicht aus weil sie hier bleiben wollten gut soviel dazu naja wie auch immer ja wir haben einiges gesehen was neues aber ich glaube wir haben noch einiges was wir sehen werden in der nächsten folge für diese folge bedanke ich mich bei euch fürs zuschauen und ich freue mich auf die nächste ich hoffe ihr auch also vielen dank fürs zuschauen bis zum nächsten mal servus